Hallo, na alles fit? Ich hoffe du bist gesund. Letzte Woche haben wir die 1000 Abonnenten gefeiert und es gab auch was zu gewinnen. Wir hatten 5 Google Play Store Gutscheine im Gesamtwert von 100 Euro zu verlosen. Ja, alles was du dafür tun musstest, war Code verstehen und herauszufinden, was im Toast angezeigt wird. Und ich würde sagen, das gucken wir uns heute nochmal an. So sieht das hier aus. Das hier ist unser Hauptprogramm, die Main Activity. Und es ging darum, hier unten ist eine Methode showToast, da wird eine Message übergeben und hier wird ein Toast gebaut und die Message wird angezeigt. So, aber welche Message ist das denn nun? So, hier oben ist also die Message einmal definiert als String und da steht erstmal ein Text drin. Hallo Young Coder. Aber natürlich, das habt ihr herausbekommen, das ist nicht die Message, die angezeigt wird, denn hier passiert eine ganze Menge, um die Message zu verändern. So, dann haben wir hier ein paar Strings, hier geht's los. Jetzt gehen wir das mal Stück für Stück durch. OnCreate, da steigen wir ein, das ist also die Methode, die aufgerufen wird, wenn das Programm erzeugt wird. Und dann geht's los. Message ist BuildMessage, das heißt, es wird die BuildMessage-Methode aufgerufen, die haben wir hier und dann geht's los. Erstmal wird hier ein String definiert. Der String, der heißt U, also eine Zeichenkette U und die besteht aus einem einzelnen Buchstaben, nämlich das N. Hm, okay, mal gucken, ob wir das brauchen. Dann geht's weiter, Return, irgendetwas wird zurückgegeben und es geht los mit einem neuen Funktionsaufruf, BuildNumber, also irgendeine Zahl wird gebaut. Eine Zahl wird gebaut, okay. Ah, hier ist die Methode, BuildNumber. Schauen wir uns die mal an. Die gibt also hier eine Number zurück und die Number ist definiert als ganze Zahl, int, int steht für Integer, also eine ganze Zahl und die ist am Anfang 0. Und dann geht's los. Dann kommt 4. 4 ist eine Schleife, das hatten wir auch schon mal, und zwar eine zählergesteuerte Schleife. Das heißt, wir haben einen Zähler, das ist hier in unserem Fall i und i läuft von 1 bis i kleiner oder so lange wie i kleiner gleich 10 ist. Also so lange bis i gleich 10 ist, kann man sagen. Das heißt, wir beginnen bei 1 und dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 und dann ist vorbei. Und was passiert hier? Wir rechnen, Number ist gleich Number plus 100. So, am Anfang ist Number 0 und wir rechnen 10 mal 100 dazu. 10 mal 100. Was ist 10 mal 100? Okay, das kann jeder wissen, das sind 1000. Also ist Number am Ende 1000. Wenn wir 10 mal 100 addieren auf die 0, dann haben wir am Ende 1000. Das heißt, wir geben hier eine Zahl zurück, eine ganze Zahl und zwar die 1000. Dann sind wir wieder hier. Build Number haben wir also. So, ich schreibe das hier mal oben drüber. Ich mache hier mal so einen Kommentar und was wir bis jetzt haben ist 1000. Die Zahl 1000. Okay. Dann wird hier mit plus x plus ich bin plus u, also hier werden Dinge angehangen. Da das ein String ist, was hier zurückgegeben wird, wird das also alles hintereinander angefügt. Okay, die 1000 haben wir. Dann kommt also ein x. Aber Achtung, das x steht nicht in Anführungszeichen. Das heißt, das ist nicht 1000x, 1000 mal oder sowas. Nein, sondern wir müssen gucken, was das x bedeutet. Da es nicht in Anführungszeichen ist, handelt es sich also um eine Variable. Und da wissen wir ja, hier oben haben wir schon gesehen, dass die Variablen, die hier verwendet werden, hier oben definiert sind. Also gucken wir einfach da oben und da finden wir das x. Das ist offenbar auch ein Zeichen oder eine Zeichenkette. Und wenn wir genau hinschauen, dann ist das ein Leerzeichen. Hier. Seht ihr das? Also x ist ein Leerzeichen. Das heißt, hinter unserer 1000 kommt ein Leerzeichen. So, dann kommt ich bin. Auch das ist nicht in Anführungszeichen. Das heißt, das kommt jetzt hier nicht dahinter. 1000 ich bin wäre auch etwas eigenartig, sondern auch hier schauen wir wieder, was eigentlich dahinter steht. Ich bin ist eine Variable vom Typ String und der Wert ist da. Da. Kleiner Spaß. Ich bin da. Gut. Also hinter dem Leerzeichen da. Dann geht es weiter. Plus u. Und wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr, dass das u diesmal gar nicht hier so violett ist wie die anderen Variablen, sondern schwarz. Das liegt daran, dass das u hier nicht oben als Variable der Klasse definiert ist, sondern nur innerhalb der Methode definiert ist. Das seht ihr hier. Das u, das haben wir nämlich hier direkt und gilt nur innerhalb dieser Bild-Message-Methode. u ist n. Also kommt hier dahinter ein n. Dann haben wir die Variable k. Die entspricht dem Buchstaben k. Also k. Dann wieder x. Da wissen wir schon, das ist ein Leerzeichen. So, dann f. Was ist f? Gucken wir lieber mal nach. F entspricht auch dem Buchstaben f. Also f. Dann umlaut. Was soll das denn? Gucken wir nach. Ah, ein ü ist damit gemeint. Also schreiben wir ein ü. Und ihr seht schon, das sieht nicht schlecht aus. Das ergibt schon so langsam Sinn, was hier steht. Gucken wir mal weiter. R. Was ist R? Aha, ein R. So, also wenn ihr die Lösung schon wisst, könnt ihr auch gerne dieses Video etwas vorspulen. Aber für die, die es nicht herausgefunden haben, mache ich es jetzt doch Schritt für Schritt. Nach dem R wieder das x. x ist unser Leerzeichen. Schreiben wir also ein Leerzeichen. Dann D. Was ist D? D ist auch der Buchstabe D. Ganz einfach. Und dann Huhn. Achtung, jetzt nicht Huhn hier hinschreiben. Das wisst ihr natürlich. Kleiner Spaß. Sondern wir müssen gucken, was Huhn bedeutet. Huhn ist Ei. Also schreiben wir Ei. Dann wieder U. U, Achtung, U ist aber nicht U. U ist n. Das haben wir hier definiert. Das kennen wir schon. Dann wieder das Leerzeichen, weil hier das x steht. Groß A ist ein großes A. Also ein großes A. B ist ein B. Und rund. Rund? Rund steht für das kleine O. Und am Ende kommt noch ein Ausrufezeichen. Nicht vergessen. Und schon steht hier unser Text. Das ist der String, der hier bei Bild Message zurückgegeben wird. Und jetzt machen wir es noch vollständig. Bild Message wird dann an die Methode ShowToast übergeben. Also Message wird an die Methode ShowToast übergeben. Und hier unten wird der Toast gebaut. Und die Message relativ lange angezeigt. So und um ganz sicher zu gehen, dass wir das auch richtig gelöst haben, werden wir das einmal ausführen. Also drücken wir auf Run. Und dann schauen wir hier unten auf den Toast. Und hier unten steht es. 1.000 Dank für dein Abo. Und das ist auch ein schöner Schlusssatz für heute. Also 1.000 Dank für dein Abo. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Super schönes Wochenende. Abo. Musik. Musik. Musik.